Kinder sind Arschlöcher. Ich muss es wissen, ich war selbst eins. Andreas Leben ist total chaotisch. Sie wollen mir eine Stelle anbieten als Junior-Designerin in Milano. Und ihr Liebesleben... Ich sage dir, bevor du so endest wie ich, nimm mit, was du kriegen kannst. Den verkraubt dir doch eh wieder, damit du erstmal geschlechtsreifst. Die reinste Katastrophe... Ich hab keine Kinder. Was warst du in Planung? Wobei die Hölle zufriert? Ich finde, wir sollten es langsam angehen lassen. Absolut. Auch wenn du alles Geld der Welt hättest, wärst du der letzte Mann, mit dem ich ein Splitschneider würde. Soll ich die Bridget Jones zurückgeben? Aber es geht noch schlimmer. Bitte nicht blau. Hast du was an denen machen lassen? Natürlich nicht. Nein! Hast du eine Geschlechtskrankheit? Viel schlimmer. Scheiße! Schwammer? Bester Vater. Toll. Nach dem Bestseller von Susanne Fröhlich. Das ist meine Freundin. Und John! Sind Leute launisch? So glaubt alle wett, dass ich launisch bin. Es gibt auch richtig glückliche Mütter. Verdammt nochmal, Jennifer! Komm her! Frisch gepresst. Alles für die Schönheit und kein Schwein guckt hin. Nur vorne oder Arztloch auch? Das war's für die Schönheit.